Fahrradfahren im Ahrtal bedeutet vor allem auch, die Augen öffnen. Meine Entdeckung des Tages ist zum Beispiel entlang des Radwegs hier rund um Maischus. Naja, ich habe erkannt, dass es da so einen ganz kleinen Trampelpfad gibt, der irgendwie zur Ahr führt. Und das ist hier wirklich ein so schönes Fleckchen. Also wenn ich jetzt eine Liege dabei hätte, würde ich jetzt hier erstmal locker eine halbe Stunde einfach nur liegen bleiben und die Zeit Zeit sein lassen. Also das Wichtigste im Leben ist, glaube ich, ich gehöre halt zu denjenigen, die im Leben schon viel gearbeitet haben als Gastronomen. Genießt die Zeit, die ihr habt und denkt nicht nur ans Arbeiten und ans Geld verdienen. Ich sende schöne Grüße und passt gut auf euch auf.